Wow, danke Herr Eckstein. Dieses Video kam genau zur rechten Zeit. Die Stagnation in meinem Tun trotz mannigfaltiger Ideen wird mit diesem Video aufgebrochen. Ich war mir vor lauter Aktionismus nicht darüber im Klaren, welche Mission ich wirklich verfolge. Nun ist es mir klar geworden. Die Gedanken, mich in meiner Mitte zu suchen und zu finden, bekamen wirklich eine sehr große Inspiration durch Ihr heutiges Video. Ich bin nun sicher, mich und meine Arbeit auf ein neues Level bringen zu können. Denn mir wurde bewusst, dass ich ohne die Beantwortung der Fragen, Ihrer vier Fragen, Ihrer vier Ms, keine zielgerichtete Arbeit verbringen kann. Und deshalb möchte ich Ihnen einen riesen Lob und großen Respekt für Ihr erstes Video aussprechen. Und ich bin wirklich gespannt, was ich noch mit Ihrer Hilfe aus mir herausholen kann. Herzlichen Dank dafür und ich freue mich auf Ihre weiteren Inspirationen. Danke. Danke. Danke.